happy birthday to you herzlichen glückwunsch an alle leute geburtstag haben und herzlich willkommen ich spiele heute free fire mags in br rank it viel spaß die erste runde geht los wir schauen uns den blauen da ist der blaue fleck da gibt es wieder verbesserte ausrüstung fliegen wir natürlich dahin so müsste reichen markierung weg die nervt sonst später oh ein mp5 granatwerfer da ist ein rucksack schön so 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 Oh! Elysss Yeehoo! Oh! Oh! Meine Güte! Voll erschrocken gerade! Ich würde gerade meine Waffe aufwerten, einmal kommt um die Wicke geschossen. Das spinnt doch wohl! Okay, einmal aufgewertet. Warum rennt er so weit weg hier? Warum sagt ihr, dass da hinten Sachen sind? Mensch, was habe ich denn hier hinten? Ich brauche eine neue Weste. Oh, genau! Na gut. Dah... Reparatur gibt. G. Das brauche ich. Äh F. Gut, dann renne ich wieder rein. Zum blauen Punkt. Und Suche. Vielleicht eine andere Waffe. Da ist der Schlüssel. Gut. 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 Okay. Das war's. 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 Okay. Das war's. 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 Das war's.